der rest ist alles mental magie wenn ich richtig sehe ja okay eisschlag und feuerschlag und ein skelett beschwörungs zauber also verkaufen wie mal die drei verkauf nehmen die drei ruhen so wie gesagt fast da haben wir schon brauchen wir nicht okay das wollte ich nicht ein mensch was treibt euch hierher euresgleichen ist bei meinem brüder nicht eben gerne gesehen man nennt mich skavik ich bin einer der schmiede hier ich habe euch menschen eigentlich immer gemocht bis dieser nordling kam ich brauche jemand der für mich bürgmeisters gab fragen wir mal erst die drei warum hat sich euer volk von den menschen warum hat sich euer volk von den menschen abgewandt joshua der lordssohn der halliten hat sich mit schande bedeckt er hat herger seinem bruder im blute im kampf verraten er floh während herger zurückblieb dem tod geweiht fragt unseren tanens keld es war sein entschluss den bund mit den menschen zu beenden denn herger war sein sohn was hat es mit dieser blut brüderschaft auf sich seit jahrhunderten leben die zwerge und menschen der windwall berge in einem bündnis nach dem krieg der sechs völker begann die bruderschaft des blutes seit dieser zeit verbinden die ältesten söhne der fürsten ihr blut miteinander um den bund zu besiegeln dies ist tradition seit generationen auch unser tanes keld und der lord der halliten junier wurden so einst zu brüdern vor wenigen monaten schlossen herger und joshua den bund gibt es nichts was das bündnis wieder herzustellen vermag das kann nur unser tanes keld entscheiden ja ich muss ins grau schattental ich muss ins grau schattental ihr könnt unser land durchreisen wie es euch beliebt mensch der osten jedoch dort wo es ins tal der grauen schatten geht ist mit einem tor verschlossen wofür dient das tor es soll uns vor dem schützen was dahinter lauert jenseits des tores beginnt die kaltmark ein land so grausam wie der eiswind über den bergen wenn dies der einzige weg ins grau schattental ist dann werde ich ihn gehen der wächter am tor in die kaltmark hört nur auf dem befehl unseres tanens keld ihr werdet seine erlaubnis benötigen um weiter nach osten vordringen zu können ich brauche jemanden der für mich bürgt meister skarvik so denkt ihr etwa ich hege keinen groll gegen euer blut lordling joshuas feigheit entfacht in mir den gleichen zorn wie bei meinen brüdern aber streit führt uns nur in den untergang wenn ihr den bund neu schmieden wollt um der gefahr aus dem osten zu begegnen dann soll es nicht am starr sinn unseres volkes scheitern ihr macht einen anständigen eindruck ihr seid kein schwächling wie dieser joshua in euren augen brennt feuer also gut ich werde für euch bürgen enttäuscht mich nicht mensch fertig die auch verfertigt ihr auch waffen ich habe keine wirklich gute waffe mehr geschmiedet seit die minen auf dem schwertfels zerstört wurden auf dem schwertfels eine insel südwestlich von hier dort gruben wir das seltene adamantinum aus der erde und die diener der tiefe die dort leben empfingen uns als brüder aber der zirkel befahl uns immer mehr waffen zu schmieden und eines tages traf uns der zorn unseres gottes die minen wurden zerstört und die mächtigen klingen der macht sind seitdem nur noch legend könntet ihr mir eine klinge der macht fertigen das könnte ich wohl was glaubt ihr wenn ihr vor euch habt aber um ein solches werk zu beginnen benötige ich eine grundform eine erdenklinge ein gegenstand wie er nur auf dem schwertfels zu finden ist die diener der tiefe schmiedeten sie in den tagen als noch ein bund zwischen uns bestand nur auf dem schwertfels werdet ihr fündig werden ok neue nebenquest erdenklinge skarvik der zwergen spielt in den südlichen windfallbergen erzählt von den mächtigen erdenklingen die aus adamantium gefertigt wurden nach dem diener der tiefe auf dem schwertfels skarvik berichtet dass die erdklingen welche die grundlage für die schwerter der macht darstellen vom wesen auf dem schwertfels gefertigt wurden jetzt wenigstens nennt man diener der tiefe vielleicht lebt auf dem schwertfels noch so ein solches wesen gut und main quest versuch skates zu überzeugen die forte im osten zu öffnen skarvik berichtet von einer pforte welche den osten und damit den weg zum portal ins grauschattental versperrt oder tain scheldt kann die anweisung geben sie zu öffnen ah ihr müsst der runen diener sein von dem skarvik berichtet hat ei seid gegrüßt willkommen ich bin lord erichs vatla ich braue das hiesige bier und andere dinge falls es euch also dürstet beim bier seid ihr richtig äh fertig braucht ihr noch mehr als bier ihr braut noch mehr als bier nun ich habe mich mit kräuter zusätzen versucht und dabei die kräfte gewisser pflanzen entdeckt ein zwerg der kräuter sammelt und tränke braut das klingt ungewöhnlich ich weiß ich weiß doch es hat sich als durchaus nützlich erwiesen und die leute wissen es zu schätzen mhm fertigt ihr auch düstere gebräue mhm fertigt ihr auch düstere gebräue vom heiltrank zum gift fehlt nicht viel falls ihr das meint äh was habt ihr vor nun ich dachte da an einen gewissen riesen ein gift könnte ihn lähmen dann wäre es ein leichtes ihn zu bezwingen herger ein solches monstrum zu vergiften ist nicht eben einfach nicht ohne ihm gleich fässerweise gift einzuflößen aber ich wüsste da vielleicht ein mittel das wirken könnte zumindest würde es ihn eine zeitlang schwächen man nennt es den grünen schlaf ja äh je größer sie sind höger ein riese ist aus dem fels der südlichen windfallberge herabgeschrieben und bedroht das land er töte durch die einwohner und steht die rinder von den weinen denn zu lang ist es nicht gelungen ihn zu vertreiben neuderegter meister der tränke kann ein gift zuberein das man wohl mit etwas rindfleisch als köter an högers schlafplatz ablegen könnte er benötigt hierzu einige kräuter grüße grüße ja fertigt mir den grünen schlaf dazu benötige ich einige zutaten dazu benötige ich einige zutaten so etwas hat ein zwerg nicht mal eben auf lager ich brauche beiß farn und weberkraut die sollten nicht allzu schwer zu finden sein dazu noch silber wind und schwarz halm die wachsen nur weit oben in den ostbergen die wichtigste ingredienz aber ist ein gift das von den spinnen in der kaltmarkt gewonnen wird man nennt es das gift der dunkelläufer bringt mir diese zutaten und ihr sollt euer gift bekommen gut du hast wahrscheinlich nichts neues ah nein dann reden wir mal mit dem tehn geht mensch eures gleich ich komme auf empfehlung von meister scarvik ich benötige eure hilfe scarvik gut ich werde euch anhören aber haltet euch kurz ja dringende geschäfte führen mich nach osten dringende geschäfte führen mich nach osten der osten ist ein grab das grab meines sohnes dieser weg wird euch verschlossen bleiben was ist geschehen es war die feigheit eines menschen lordling joshua er ließ meinen sohn herger im stich das band zwischen menschen und zwergen ist zertrennt die menschen von brunnenfels haben auf dieses bündnis vertraut wenn ich nicht nach osten gelange dann steht euch offener krieg bevor wie viele tote braucht es bis euer zorn vergeht lordling joshua muss sich seinem schicksal stellen und entweder er stirbt wie sein bruder im blute oder er rächt dessen tot nur eine solche tat kann den bund wiederherstellen habt ihr mich verstanden dann werde ich joshua dazu bringen seinem feind in der kaltmark noch einmal gegenüber zu treten unter diesen bedingungen werde ich das ost tor für euch öffnen lassen der lordling hat sich irgendwo südlich der stadt verkrochen findet ihn sorgt dafür dass der drachling der meinen sohn getötet hat sein ende findet der helm herger soll mir als beweis dafür dienen dass es vollbracht ist was ist mit eurem sohn geschehen herger brach zusammen mit seiner garde auf um die pfade nach osten zu erkunden wir planten ein heer durch die kaltmark zu entsenden um den menschen im grau schatten tal zur hilfe zu eilen sein bruder im blute sollte ihm zur seite stehen doch lordling joshua ist kein krieger er ist ein feigling sie durchquerten die kaltmark bis sie weit im osten hoch in den felsen auf ein drachenwesen stießen ein drachling der dort seinen hort errichtet hatte es kam zum kampf der lordling dieser wurm namens joshua nahm seine beine in die hand und lief lief davon und ließ seine gefährten und seinen blutsbruder im stich wimmernd wie ein weib stolperte er vor unsere tore keiner der anderen kehrte mehr zurück fluch über den lordling und seine brut kein bund verbindet mich mehr mit solchem gewürm ok ja nicht die zwerge enttäuschen sonst gibt es zorn grau schattental das portal des grau schattental befindet sich wohin der kaltmark die zwerge werden den weg dahin nur freigeben wenn der hahnlichen sohn joshua sein schicksal erfüllt das zweite schicksal joshua juniors sohn hat seinen blutsbruder hege aus feigheit sterben in der kaltmark zurück gelassen die zwerge sind dazu und joshua soll die reise ein weiteres mal antreten und dem tod seines zwergenbruders rächen joshua muss sich seinem schicksal ein zweites mal stellen nur so kann er seine ehre und den bund der menschen und zwergen wieder herstellen joshua hält sich irgendwo südlich der zwergenstadt verborgen so was ist mit ah der rohnenkrieger was führt euch in meine minen seid ihr der vorarbeiter der minenmeister wenn's beliebt nun sagt an was treibt euch her mensch nichts ok von dem brauchen wir wahrscheinlich später noch zu und ja wir könnten zwischendurch mal wieder unser let's play speichern sicher ist sicher also ja wir müssen kräuter sammeln um den riesen zu töten wir müssen joshua finden was ist mit dir hast du noch was zu sagen ich hörte skarvik birgt für euch seid willkommen in diesem land danke ihr seid der hauptmann der wache das bin ich ragnar torginsson ist mein name ich weiß nicht ob ich euch schon vor dem riesen gewarnt habe falls nicht dann tue ich es hiermit vom schwertfels her kam er in unser land er ist eine alte bösartige kreatur solltet ihr ihn erblicken dann flüchtet zurück in die stadt versucht nicht gegen ihn zu kämpfen hört ihr was ist der schwertfels was ist der schwertfels der schwertfels ist eine insel südwestlich von hier einst besaßen wir dort große minen und schuften kostbares adamant aus der erde doch heute sind die minen zerstört und der schwertfels ist in der hand von bestien und trollen bis vor kurzem wagte sich noch der ein oder andere abenteurer dort hinauf um schätze aus alten tagen zu erbeuten mein bruder gorin war einer von ihnen doch dann kam der riese höger vom schwertfels er erschlug die wachen am steintor das uns vor den kreaturen schützen sollte und nahm ihnen die schlüssel ab somit ist der weg zu den schätzen des schwertfels für immer versperrt es sei denn jemand findet einen weg dem riesen die schlüssel wieder abzujagen wisst ihr etwas über einen weißen wolf sprecht ihr von tinara so nennen die leute sie hier sie und ihr gefährte tanar sind die beiden letzten großen weißwölfe in dieser gegend und es werden wohl auch die beiden letzten bleiben tinara hat vor wenigen tagen ihr welpe verloren und tanar ist alt er wird nicht mehr lange leben diese wölfe sind edle tiere stark zäh und elegant sie haben die seele von kriegern questbuch aktualisiert was haben wir neues weiße schatten tinara eine der letzten großen weißen wölfe in den südlichen windfallbergen hat die welpe verloren die schraube schwächt die wölfin und sie wird wohl bald sterben auf auf das auf 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 Vielen Dank.